Bisher ließ es bei uns Musik verbindend, aber jetzt ist es Zeit für... Gemeinsam sind wir stärker! Wir verbinden Musik und Bewegung und dann entsteht mit eurer Hilfe die... Fitness-Lounge! So verrückt es klingt, so genial ist unsere Idee. Ich bin Miriam Klimek und selbstständige Fitnesstrenner. Und mein Name ist Marvin Dalloway und ich bin ein freiberuflicher Musiker. Von jung bis alt, wir wollen mit eurer Hilfe ein Mini-Studio mit einem ganz neuen Konzept entwickeln. Wir wollen weitermachen, aber anders. Unsere Fitness-Lounge ist ein Mini-Studio für Kleingruppen und Einzeltrainings. Wir haben ein Hygienekonzept und ein Lockdown-Versprechen. Mehr dazu findet ihr im Text. 1, 2, 3, 4! 1, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13. Dann komm jetzt hierher! Mit unserer Fitness-Lounge bieten wir in der ganzen Welt ein neues Freizeitangebot. Und das hier in Hoffenheim. Helft uns die Erstausstattung von 5.500 Euro zusammen zu bekommen. Wofür wir das Geld brauchen, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen Gewichte. Damit jeder Kurs-Tandymark seine eigene Landhand hat, ist das als erstes aufzustocken. Und dann können wir direkt loslegen. Die zweite richtige Sache sind für uns Spiegel. Die ganze Wand soll voll sein, damit wir unsere Technik selber kontrollieren können. Aber wer hat schon Lust, von anderen beobachtet zu werden? Und wie ihr seht, ist hier alles ein freier Blick nach draußen. Die ganze Front soll geklebt werden mit Folien. Wir gucken raus, aber keiner kann uns reingucken. Damit wir euch in unserer Fitness-Lounge auch entsprechend begrüßen können, haben wir uns vorgestellt, hier ein kleines Riesel zu stellen, an dem es auch die eine oder andere Fische zu kaufen gibt. Wir haben uns für diese Aktion entschieden, weil wir euch etwas zurückgeben wollen. Schaut einfach mal bei den Givebacks. Auf ein gemütlicher Abend mit Freunden bei uns zur Live-Musik. Gemeinsam mit dem Partner ein Personal-Training oder ein Haushalt-Training. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ganz besonders ist aber auch unsere Möglichmacher-Tafel. Lasst euch mit einem Namen dort verewigen. Wir danken für eure Unterstützung. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Kinder. Und für unseren Kinder-Parcours, da fehlt uns einiges. Denn Kinder wollen laufen und springen. Und uns fehlt mein Equipment zum Hangeln, zum Aufkleckern und rüberspringen. то, dass irgendwas gefunden wird. Denailleurs ist das Team 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 . Vollid.